Hallihallo meine Lieben, ich war gestern shoppen und möchte euch nun zeigen, was ich so gekauft habe. Ich war also mit den Kindern shoppen und war bei Action, C-Mann und 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 H&M. Bei H&M habe ich mir so ein Doppelpack Stilloberteile geholt. Dann das hier und hier die Hose. Das hat komplett zusammen 25 Euro gekostet. Und die Hose ist echt super bequem. Und dann habe ich bei Rossmann noch mal ein Stillbehaar gekauft für 8 Euro. Dann habe ich bei Seemann Schlipper gekauft. Halt so das, was man so braucht. Ich habe Schlipper für meinen Mann gekauft. Dann habe ich aber auch was für den Kleinen gekauft. Weil, konnte ich natürlich nicht lassen. Habe ich einmal den Body gekauft. Der hat gekostet 2,49 Euro. Dann dieses total süße Outfit. Von Winnie Pooh. Das hat gekostet 8,99 Euro. Habe ich schon in der Größe 62 gekauft. Weil beim Seemann die Sachen ja alle ziemlich klein ausfallen. Da kaufe ich das lieber größer. Und dann, wie man hier schon gesehen hat. So ein Tigger-Schlabanzug. Den habe ich aber in 56 gekauft. Für 6,99 Euro. Und da war dieses ultrasüße Mützchen dabei. Und dann habe ich da noch Socken gekauft. Einmal als der Boy. Für 99 Cent jeweils. Dieses. Das süßes. Ich glaube, Feuerwehrauto ist das. Ist das ein Laster? Ich kann es jetzt schlecht erkennen. Ich kann ja überlegen, was es ist. Sieht aus wie LKW oder Feuerwehrauto. Und dann Panda-Bärchen. Dann habe ich beim Family noch was gekauft. Einmal dieses Set. Bestehend aus einem Plöberchen. Und einer Hose. Das hat gekostet 7,99 Euro. Das habe ich in 56 gekauft. Und dann was richtig, richtig Süßes. Das war mit dieser Hose. Den Buddy. Und ein Mützchen. Also ein Mickey Mouse Outfit. In Größe 56 für 12,99 Euro. Und weil ich da noch nicht viel von habe. Dann habe ich ein süßes Pullover. Auch in 56 für 5,99 Euro. Und für ein Auto sitze eine Spirale. Da ist dann eine Eule. Kürbis. Kürbis. Ich würde sagen, das ist ein Kürbis. Und ein Törtchen. Dann habe ich in Action noch was geholt. Das packe ich mal nötig aus. Das setze ich mal auf. So. Die hatten dann nämlich so Geschenkzett. Für 5 Euro. Und da habe ich mir dann welche mitgemacht. Dann habe ich einmal dieses. Mit dem Tuch. Das ist alles so winzig. Das ist Größe 50,56. Wir hatten da drei unterschiedliche Sets. Was ich toll fand. Und dann habe ich halt alle drei mitgenommen. Da ist auch bei eins. Das ist das Felstuch. Das Höschen. Und dann das Plöberchen mit einem Kopf. Und dann steht der Hai. Voll süß. Und das letzte Set. Da ist bei einem Mützchen. Mit Öhrchen. Das ist toll süß mit diesem Öhrchen. Eine Hose. Und eine Plöberchen mit einem Kino drauf. Und da ich nur zwei Stück habe. Wenn ich noch einen brauche. Und da habe ich auch einen Schlafsack mitgenommen. Der hat drei Euro, glaube ich, gekostet. Das sieht so aus. Fand ich dieses Sternenmotiv ganz schön. Es steht zwar 70 drin. Aber er fällt halt kleiner aus. Ja, das war mein kleiner Shopping Haul. Entschuldigt. Ich habe ein bisschen aufstoßen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video trotzdem. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen zurückhalten. Weil wir jetzt in den Urlaub fahren. Und das möchte ich ja meinen Liebsten genießen. Ich melde mich nach dem Urlaub wieder. Ich sage ciao, eure Mai 85.